Hallo ihr Lieben, bald wird der Weihnachtstisch gedeckt und das zaubern wir hier gleich dreimal anders in der Landidee. Und zwar auf diesem ganz einfachen, schlichten Holztisch, das könnt ihr auch. Es sind viele Do-it-yourself-Projekte dabei, wie diese Filzbäumchen oder die Zuckerschriftäpfel. Jetzt wird hier wieder umgebaut, denn jetzt bald sind wir im Wald. Auch hier wird sehr viel selbst gemacht. Zapfen, Tannenbäumchen, Leinen, Servietten, alles wird selbst bedruckt und gebastelt. Jetzt wird wieder verwandelt und verzaubert. Jetzt sind wir in einem modernen, natürlichen Boho-Style-Weihnachten. Das alles haben wir sehr sorgfältig für euch inszeniert, manchmal auch mit etwas ungewöhnlichen Mitteln. Das alles, die Anleitungen und noch vieles, vieles mehr findet ihr in der neuen Landidee ab jetzt am Kiosk.